ja hallöchen hier ist ja berliner ich danke euch dass wir meinen kanal eingeschaltet habt wir werden heute noch mal eine folge stone hart spielen wie ihr seht ich werde die geschichte mal weitermachen mal gucken und was wir heute schaffen weil die sitzen ja auch am lagerfeuer schön gemütlich die jungs und mittels so entschuldigt bitte ich bin bisschen schnell heute wieso schlafen jetzt alle da unten nehmen wir mal hier weg können wir das mal hier hinstellen wie ein grafikfehler nein so er baut sein bett ab das werden wir jetzt auch nehmen zack jetzt bauen wir auch ab und das werden wir abbauen ja da seht ihr es die werden abgebaut und jetzt werden wir gleich noch ein zweites häuschen bauen am besten wir machen ein zweites schlafkarriere häuschen wenn wir mal hier hinbauen editing und anfangen zu bauen manikins ihr habt ihr noch geschlafen veräulert ihr lumpe ja da schnarcht noch einer wer ist es wo die grüssel ok sie bauen jetzt das nächste häuschen wir werden noch mal paar schöne sachen bauen lassen das ist schon wieder hell so dann gucken wir doch mal neue betten brauchen wir noch nicht ach so das sieht man so rein ich verstehe jetzt habe ich dazu gelernt ich habe noch nicht mal irgendwo was geguckt ich habe einfach nur gedacht vielleicht muss ich das da runter ziehen so wir werden jetzt noch hier laternen bauen vier stück solche haben wir noch laternen ah die kann ich auch dahin bauen das ist ja mal nice wusste ich gar nicht seht ihr leute aber dahin damit einer aus die leiter sieht man nicht dass mir da einer runterfällt so machen jetzt schon die betten dahin wenn man wenn sie sehen dass sie dahin kann wahrscheinlich nicht oder doch man kann die schon dahin bauen ne nice ok ja wie gesagt wir haben ein paar namen gegeben ach jetzt hätte ich wieder vergessen zu gucken heute jemand bei youtube gerne seinen namen hier drin sind werde ich verspreche bei nächsten folge wird das gemacht von mir habe ich jetzt eben nicht daran gedacht nach zu gucken die bauen fleißig hier haben wir die häuschen schon drin die betten seht ihr das sehr niedlich gemacht muss ich sagen so wir könnten eigentlich mal da minentunnel hinbauen mal gucken wir wohnen jetzt hier mal noch ab das können zwei minikins machen so egal wer es macht und einer soll es machen so wir könnten jetzt sagen wir warten mal noch essen ist noch nicht da ja wie gesagt wir haben eine gute stelle gefunden viel viel erst mal gucken wie schön das immer mit dem ernst da hier haben wir daily ja gar nicht mitbekommen jawohl wir haben es geschafft gut genug morales genug und andere haben wir denn jetzt da kommt ein neuer bewohner von dies die nehmen wir anders können wir anders sehen von dies hat sich ähnlich angehört wie ich gerade gedacht habe der hat mich auf den eifer den nennen jason vorhieß wer kennt die nicht falls ihnen keiner kennt google mal freitag der dreizehnter gut sagen wir eigentlich ein bett zu wenig okay dann machen wir noch mal arbeiten wir schon mal voraus eigentlich schwachsinn wie viele leute ist denn da wie viele leute ist denn da dann könnten sie da drin essen so 10 stühle die dining table okay ach so wir können namen geben nice wir nennen es es fress und weg jetzt hören sie leider mit dem anderen bau bestimmt wieder aus wie ich die kenne na gut können wir auch mit leben die anderen muss jetzt auch noch kommen da haben wir es so und nächste nahrung und dann werden wir oben lange ran machen das werden wir dann hier auflösen das werden wir woanders hinpacken damit wir besser ankommen so jetzt machen sie ihr schmackhoff hat es wieder so und alle zehn stühle bauen wir hier war schon die besseren stühle können wir nicht wenn man erstmal die normen 1 2 3 4 5 6 7 9 10 aufi ach so tisch braucht man auch ne oder warte der dining tisch genau weiß ich wie ich machen sollte aber ich mache jetzt einfach ein paar so da ist noch ein ganz fleißiger wer ist das Jason Voorhees ja gut der ist gerade erst gekommen ich habe mir übrigens Zeitraffer angemacht nicht dass euch wundert dass die so flitzen können was denn jetzt ach so der hat einen Holzblock zu stehen gehabt obendrauf richtig doof dass wir die Betten jetzt nicht richtig zu Ende machen haben wir hä fehlt uns ein Bett wir haben acht Betten ja vorhin hm so jetzt wollen wir das auch noch was anderes machen die machen wir auch da hin machen wir auch da hin und da hin selber abstand schön so dann können er eigentlich noch ein noch eine wandlampe machen hier wandlaterne davon brauchen wir zwei stück so fenster brauchen wir bestimmt auch wieder obwohl wir haben glaube ich noch ein paar große Holztür machen wir dazu das haben wir das haben wir das haben wir gut ich glaube wir müssen so langsam mal einen zum Krieger annennen ach guck mal sieht das nicht nice aus ist doch hübsch und macht wieder einen sein Lagerfeuer an können wir mit dem machen wir da oben hin gut jetzt haben wir nur das Lager da unten das müssen wir dann auch irgendwann wieder nach oben schieben mal gucken wann wir das machen und wie wir das machen die können sie eigentlich auch noch wegrollen die Sachen da unten dann können wir eigentlich da oben das abruhen hier ein bisschen weit abruhen ein paar Pflänzchen hier klauen und dann langsam vielleicht hier rüber wandern hm na mal sehen mal gucken was wir machen hier haben wir ja nur das Holz wir könnten jetzt ja wir legen mal das ganze Lager hier hoch da müssen die immer hoch und runter laufen das sollte für Essen reichen da machen wir Futter rein Pflanzen haben wir nicht Futter und Konstruktion machen wir da rein so dann können wir nämlich das hier unten auflösen dann machen wir das nämlich so dann nimmt der jetzt wahrscheinlich gleich die Nahrung hin und dann kann man den seine Wagtbank auch nach oben rollen wir wandern so ein bisschen so und da um die nächste Lager hin machen wir mal hier ran und da packen wir alles rein halt nicht alles was erzähle ich denn wir machen bloß kein Holz rein mit Holz haben wir ja da ja die Reihe genau so machen wir das so und das lösen wir jetzt auch auf das auch das auch das auch gut so und wenn die sich das langsam hochziehen hier machen wir mal ein größtes Lager für Holz hin hier machen wir mal ein größtes Lager für Holz hin aber ich glaube nicht dass das da reichen tut was wir da haben so und da soll nicht alles rein da soll hier nur Holz rein gut und sollte das was da unten ist eigentlich alles rein passen so und die Beeren müssen noch einsäulen aber warten wir noch so der da oben ist fleißig am hacken da haben wir noch mehr Holz na gut machen wir noch ein zweites Lager das war ein bisschen viel Lager aber für den Anfang können wir das ja alles machen dann machen wir dann da alles rein sodass wir da nur wieder Holz haben da Holz und da Holz zwei Lager reicht vollkommen sollte mehr als genug sein so das haben wir hochgesetzt oh die Orgs kommen die Orgs kommen die greifen uns an Body Body wo ist der Starke wo ist der Starke hier da haben wir einen wo die Rüssel wird zum Kämpfer nein ich kann keinen Kämpfer wieso das nein ihr sollt kämpfen lasst euch nicht beklauen kickt euch das an die Clowns und zersolz wo wandern die denn hin wo sind denn die Gauner da sind die Gauner die Gauner da sind sie ok wir müssen jetzt sehen wieso ich keinen Krieger habe wieso kann ich keinen Krieger machen Rudi Rüssel wäre der perfekte Krieger gewesen und so kann er keinen Krieger machen wo ein prächtes Schwert achso ich muss ein Schwert herstellen ok gut jetzt verstehe ich bevor die gleich nochmal kommen und uns wieder rücklauen werde ich ihm sein Schwert herstellen da haben wir es machen wir gleich zwei Schwerter und zwei Rüstungen so und dann müssen wir da hin und müssen die vernichten weil das geht gar nicht die bringen nur Ärger die Jungs und da haben wir ja welche Hunger guck mal so gut 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 wir gucken jetzt Rudi Rüssel da ist er und den nennen wir jetzt zum Kämpfer sollte doch jetzt gehen oder? ne geht immer noch nicht Kräfte bei dem Carpenter muss ich dem jetzt erst das Schwert geben oder was? oh man wo hat denn der das Schwert den ach da ist es ok jetzt verstehe ich jetzt kann er das wohl machen ja jetzt gehts weil das Schwert da ist und du musst ab jetzt noch der Krieger so dann müssen wir noch einen Krieger machen fünf da ist noch einer ich gehe mal aufzukriegern ich gehe mal aufzukriegern zwei Stück so wo ist er er ist ja Krieger gut warte mal warte mal wie soll's das haben die jetzt automatisch stärkere Schilder oder was? wo gehen denn die hin? gehen die jetzt kämpfen oder was? ha kann ich dir denn mal gucken wo die Rüssel so ich möchte dass du Basic Combat Training so kann ich den irgendwie equippen achso er hat schon eins im Inventar oder was equippt Attribute Level Level 4 ok jetzt gehen wir mal kämpfen so äh Town Defense Mode so jetzt bin ich auf Defense Mode guck mal da die zwei Kämpfer kommen ach ne das ist ja gar nicht nein 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 achso ok verstehe ja dann gehen alle ran soll mit ihnen ein Küchenmessern süß ok jetzt verstehe ich so ein bisschen na gut die Orcs greifen wir uns im Moment nicht an die machen es sich ja gemütlich eigentlich sehen sie ja schnuffig aus muss ich sagen guck mal wäre mal interessant was es für Loot gibt gefährlich sehen hier nur nicht aus eher zum Kitzeln na gut ihr seht hier unsere neuen Freunde unsere neuen Nachbarn ich sage somit erstmal noch nicht stopp haben wir sowas haben ein Händler wolle 12 Gold 999 ne brauchen wir nicht wollen wir nicht und Steine wollen wir auch nicht ok na gut dann sag ich jetzt erstmal Schiss mit dem schönen Ansicht hier auf die Trolle und ähm ich wünsche euch noch einen schönen Amt oder einen schönen Tag oder wie auch immer und wir hören uns ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Adieu sagt der Bernina ciao 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 ciao